Lilly Beckers neues Foto aus dem Fitnessstudio löst bei seinen Betrachtern unterschiedlichste Emotionen aus. Die einen motiviert sie in der Mittagspause ein paar Sit-Ups zu machen, andere wollen mit der 44-Jährigen eine Partie Schach spielen. Auch wenn diese zwei Emotionen nicht unterschiedlicher sein könnten, sorgt Lilly für positive Gefühle. Und auch sie selbst scheint mit sich im Reinen zu sein. Selbstbewusst zeigt die Ex-Frau von Boris Becker in letzter Zeit immer wieder ihre weiblichen Rundungen, so wie hier am Strand. Doch diese Selbstliebe ist ein Prozess und auch das Model arbeitet oft noch daran. Sport scheint Lilly dabei zu helfen. Mit diesem Fitnessfoto verrät sie, wenn ich spinne, lasse ich all das Negative los und schwitze das Gift aus. Herrlich ehrlich, fügt sie hinzu, dass ich später Wein trinken kann. Für diesen durchtrainierten Körper ist jede Menge Selbstdisziplin notwendig. Im eng anliegenden, mintgrünen Sport-Outfit lässt sich nämlich nichts verstecken. Was für ein Body. Na dann ab aufs Fahrrad und weg mit der negativen Energie.